So, dann wollen wir doch gleich mal ans nächste Abenteuer gehen. Springende Spinnen. Ja, das klingt schon sehr gefährlich. Ja, da haben wir sie schon. Springende Spinnen. Oh, bist du den. Oh Gott. Ah. Ratte. Okay, das war unklug. Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir den ersten Buchstaben. Okay, jetzt bin ich ein Squawks. Ein Squawksy-Poxy. Oh, hier gibt's Banonen en masse. Das heißt, ich kann mir hier ein neues Leben holen, was ich soeben getan habe. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Darm. Zieh dich warm an. Die Kälfte greift den Darm an. Ah, cool. Hier ist aber ein Bonus-Level. Das ist schon mal sehr schön. Eine weitere Welt. Schnapp dir 15 mal rein. Okay. Ist auch so schwer. Das lasse ich lieber nochmal. Hm. Okay. Okay. Der ist schlimmer als Diddy, der ja auch schon so Rumpelstilzchen-Style war. Aber Kiddy, der haut's echt total raus. Der ist wirklich der absolute Burner. Auf jeden Fall. Ich find's ein Strampler geil, oh. Ich find alles an diesem Bärchen, hätte ich fast gesagt, an diesem Affen. Einfach nur total schnuckelig. Wow. Eine hässliche Ratte. Äh, sofort getötet. Was anderes kann man mit den Viechern ja auch nicht machen. So, ich fuhre mal ganz ehrlich. Dankeschön. So. So. Hm. Ah. ich glaube der braucht dann eine andere Farbe, damit ich den nehmen kann. Kotz, Kotz, der kotzt, ja was kotzt er eigentlich, Kokosnüsse? Ich weiß nicht was er kotzt, ich glaube es sind eine Art, ja, helle Kokosnüsse oder so. Ich weiß es nicht, ich möchte es jetzt auch nicht weiter ausweiten. So. Gleich das nächste Level, ähm, Leben meine ich, nicht Level. Hat sich nicht mal geschafft, ich bin... Ah. So. Supi. Ach, das schaffe ich auch ohne Vogel gedönst, oder? Schaffe ich es ohne Vogel gedönst? Nein, ich weiß es nicht, ich versuch es lieber mit. Mehr Kokosnüsse kotzen. Ah, hier gibt es wieder Bananen ohne Ende. Das habe ich eben schon einmal verpasst. Okay. 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 Jetzt aber. Ah ne, das probiere ich lieber nicht nochmal. Zwar ist es schon blammer genug. So. Hallo. Ah, so geht es natürlich auch. Diese komische Münze und zack. Klasse Sache auf jeden Fall. Klasse Sache auf jeden Fall. Oh, ist das schön. Ich weiß nicht, ich habe schon mal die Hälfte hinter mir. Baut sich motivierend, aber... Aber hey, es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Hier zwischendurch fallen geht es. Ja, das geht. Oh, zwei Leben. Was haben wir hier? Ne, ich wollte bitte... genau. Geheimnisse entdecken macht Spaß. Krass. Krass. Wow. Schade. Oh Gott, da ist es grauenhaft. Oh Gott, da ist es grauenhaft hier. So. So. Gegner tot. Natürlich sehr gefährlich hier. Der hat doch schon ein Opfer gekostet. Da oben fliegt was. Bestimmt nichts Gutes. Ein Bonuslevel entdeckt. Sammle 30 Sterne. Okay, ich werde es versuchen. Oh, ein Stern. Ah, wie ärgerlich. Naja, egal. Oh, das Level geschafft. Yes. Freue ich mich. Erstmal wieder fix speichern gehen. Naja, für das Programm. Hey, wie gefällt dir meine neue Frisur, Dixi? Ich habe eine Bananenspielung probiert. Interessant, Oma. 13 Prozent. Ja, das sieht er schon aus. Halte immer noch den Bananen für Glauschal. Sie sind so süß. Okay. Danke für den Hinweis, Omi. fuel für den Korb. Ich werde heute первый Röwen und einer in der Umkraine. ... ... ...